Musik 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 Ja, bitte Also, heute Abend Wir machen wir Wir machen die Kerkers Kerkers, okay Typische Rezeptur vom Militär Ja Das ist sehr beliebt Kurz, Spatzlos und einfach Dazu haben wir Rindfleisch Ja Rindfleisch Und wir schälen Und wir waschen Und dann machen wir noch Knoblauch Und natürlich Klautasauce Zum Einticken Und dazu gibt's Hörnchen Und dann gibt's natürlich mal Essen Und wir haben den Schwarzerer Dort gekauft Ja, die haben wir vorher schon gemacht Schön Schön Okay Ich habe einen guten Hübskoch Wie heisst du schon? Paddy Kursspiel Wie man es hört Äh, ein bisschen grosser Kollege Ja, okay Also Ja, was ist das? Okay Ja Okay Jetzt, äh 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 Gut geht Äh, Dusche hat uns Alles gebracht Ja 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 Das ist eine gute Frau Ja, die beste Das ist Konkurrenz Ja Ja Okay Die kann gut thailändisch kochen Die kann ziemlich gut, ja Und vor allem ist sie mega mutig Mutig ist sie, ja Sie hat mir ja ja erklärt, dass sie gar nicht äh kochen gelernt hat Natürlich Im direkten Sinn in Thailand Sie hat nicht mehr vom zuschauen Daher zaubert Ja Ja Und Top Was ist Top Finde ich auch gut Also Jetzt, äh Das ist in guter Sekunden woche Äh, putz einfach mal zuerst Oder ist ja gut Oder? Mhm Okay So Dann Jetzt kommt Äh, jetzt noch das Überschneiden Mhm Ja Jetzt, äh Auch die Topf Auch mal Ja Panne So Mhm Was ist das hier? Nee, jawohl Ja Ja Sehr gut Was wird kochen? Puh, ja Jawohl Ja 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 Das hat ordentlichen Geschmack Ja 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 Dazu verwende ich natürlich Gemüsepauer Okay Ja Ja. Gut. Richtig. Aufkalkochen. So. Du kannst es mal ausprobieren. Ja gerne. Was nehmen wir? No. Abkalkochen. Ja. 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 So. 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 Iterieur. Alles gut. Kannst du den Wäschel schieben? Ja. Der hat meine Hose. Okay. Das Wasser. Jawohl. Deckel drauf und geht es schneller. Okay. Das ist gut gekommen. Ja. Das Wasser. Ja. Das Wasser. Ja. So. 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 Spannend sein. Jan? Das ist meine Harte. Ich weiss, was es ist. Alles gut, ja. Das ist ein Frühjahr. Annas, Shalom. Okay, weiter. So, Deline. Jetzt ein bisschen geduld haben, bis es wirklich richtig warm ist. Darf ich mich auch drauf haben? Ja, gehen wir ruhig. Beim Kochen muss man immer geduld haben. Das heisst immer, wenn man eine Weile haben will. Das sieht man so? Ja. Ja. Natürlich wegen Hygiene-Fallschriften. Selbstverständlich. Ja. Ja. So, Deline. Ja. So, Deline. Ja. 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 Ich habe schon das Gewürz bereit gemacht. Ich arbeite viel mit Pouillot. Ich habe x-klasse Alcimian Wasser aufkocht. Ja. Ja. Und ähm... Ich habe ein paar Gewürzbouillot verwendet, wegen einem intensiveren Geschmack. Im Fleisch drin. Und... Zuerst stelle ich ja die Zwiebeln an. Ja. Dann stelle ich das Rindfleisch rein. Gut verrühren und richtig gut durchkochen. Und dann stelle ich anfangen zu gewürzen. Zuerst stelle ich natürlich ein bisschen Pouillot rein. Dann stelle ich Aromat rein. Und ein bisschen Paprika. Und ganz am Schluss, wenn es so richtig durch ist, stelle ich eigentlich die Sauce verdicken. Eine Reduktion? Ja. Mit Bratensauce. Okay. Ich gehe jetzt schon an den Köcher. Und ich warte nicht, bis die Zwiebeln richtig durch sind. Weil... Das warte ich nicht. Ich tue jetzt gerade Hackenfleisch hier. Langsam natürlich. Ja. Ja. Apfel kannst du gehen. Ja. Immer... Ich tue mich gerade alles richtig durchrühren. So. Mhm. Okay. Wie bitte? Aber das, was macht's. Ja. Ich muss nicht damit aufpassen. Ich trinke auf. Und ich trinke auf. Sie machen das schon, oder? Ich trinke auf. Wenn du mal mit dem Schokolade, das ist natürlich nahign. So nicht. Nein, Rindfleisch muss man nicht aufpassen. Nee, nee, nee. Okay, nehmen wir. Und der hat einen Sack. Gut, Rindfleisch würde es noch gehen, aber Schweinefleisch ist heikel. Schweine oder Buri ist heikel. Heikel. Ich glaube, es kommt. Ja, es kommt so. Bei Rindsackflaschen muss man immer ein bisschen mehr Geduld haben. Geduld? Ja. Weil Rindsackflasche hat ein bisschen mehr Fiss. Geduld, also. Geduld, Geduld. Jetzt noch zwei Meter Treffer zu gehen. Kannst du erzählen, ja? Wenn du sagst, Daniel, ich bin gerade mega gut gemacht. Ich bin gerade 155 Gramm. Weisst du was wohl? So, wie hast du noch gearbeitet? Kann man schalten lassen. Aber, äh, das, äh. So. Weisst du den Unterschied zwischen der Familienpizza und der Musiker? Pizza kann von mir ändern, oder? Also. Äh, äh, jetzt muss man wirklich. Also. Also. Geduld. Geduld, ähm. Ja, wie wäre das schon? Das schon. Und ich glaube, es kommt gut. Nix sehr gut. Es kommt von der Baum. Gut. Gut, vielleicht zum Schrauben. Ja, kannst du gerne instellen, oder? Ja. Also, da kann man nichts sagen. Herr Bucco. Ja, ja. Du sagst es gut. Hätte ich noch Pilze rein tun? Ja. Pizzerwäscher. Ja. Ähm, Pfeffer? Pfeffer innen mit der Mühle. Frisch. Ähm, brauchst du noch ein bisschen... Ähm, Köpö... Äh, nein, Köpö, ja. Ähm, brauchst du noch ein bisschen... Ähm... Jetzt kommt. Ja, wer ist denn? Ja, wer ist denn? Die ist ja richtig schaffig. Ähm, oder ist die Salbe? Ja. Ja. Gib mal die Teile dort. Ganz wie ich. Und dann wird es dann schon... Zu heftig. Ja... Und dann mal schnell. Ich kann dir auch vor. Schon. Sie rückt. So, ein bisschen zähle. So. Mhm. Ja. Es kommt sehr gut, das Hackfleisch wird schon recht warm. So, ja. Und dann Nidlin, machen wir jetzt ein ... Hast du Bouillon schon fertig? Nein, das ist noch nicht. Wir müssen jetzt langsam mal aufgucken. Hast du das hier? Nein, noch nicht. Nein. Nein. Ich brauche noch Bouillon-Wasser, um es ablöschen und es raus herzustellen. Ah. Okay. Au! Also es kommt sehr gut, ja. Oh, blau. Das machen wir. Also bis jetzt, um meiner Verteidigung zu sagen, haben bis jetzt alle, die mit mir gegessen haben, oder die ich für die Leute gekocht habe, haben bis jetzt alle überlegt. Stimmt. Stimmt, sie sind bis jetzt noch nicht da oben? Nein, sie sind bis jetzt schon. So. 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 Jetzt musst du raufkommen. Ich warte natürlich ein bisschen. Wegen der Hackplasche hat ja recht viel Flüssigkeit hier drin. Man sieht das auch. Wenn man so die Pfanne kippt, bis es recht verdunstet ist. Erst dann flüssig im Magen mit Puyo ablöschen. Okay. Unterdessen erwürze ich aber schon mal Gewürze. Also natürlich Aroma. Ja. Aroma? Gehört euch endlich aus der Küche? Nee, ich kann ja noch nicht. Nee, ich kann ja noch nicht. Nee, ich kann ja noch nicht. Ja. Ein Kocher, der das eigene Essen nicht gerne hat, ist kein Kocher. Paprika, das ist ein bisschen Paprika. So, nehmen wir einen Suppenkeller. Jetzt lasse ich die Pouyre, die ich am Auge kochen bin, etwas ablösen. Die Pouyre kann dabei geben. Genau. So. 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 Jetzt wäre es noch zu flüssig. So. 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 Der ist dur, du wieder. Oh, gut. Das ist mir auch fein. Ist es sicher? Ja, gut. Ich bin nicht verliebt, aber ich will immer gerne Gewürze. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Jetzt gehen wir vier. Man könnte fast meinen, dass du verlierst. Aber du hast fast. Nein, das ist nicht zu schlimm. Können wir noch ein bisschen vertragen? Ich habe es auch nicht probiert. Es ist so, wenn die Sauce gewürzt ist und mit der Handel zusammenkommt. Ich tue natürlich die Sauce in die gekochte Handel rein. Dann ist schon wieder ein anderer Geschmack gekommen. Es ist schwer. Es ist schwer. Nein, es wird anders. Jetzt ist es schon. Es wird noch anders. Es wird noch anders. Ich bin natürlich auch. Gut. Jetzt sind es ok, dann. Jetzt�� das Wasser. Ja. Dann machen wir ja. Ja. Das ist einfach. Ja, das ist gut. Und unterdessen kann ich da eigentlich aufs Zweifel bestellen. Bist du verliebt? Nein. Das ist schon mieser. Bärler, wie bin ich das? Also... Ja du, ich habe bei der Rilligler kochen. Nein. Schmeckt irgendwie salzig. Okay. Da würdest du vielleicht nicht mehr empfangen. Ah, das ist gut. Ja. Das ist halt eine Nukationsart. Nein, das ist nicht. Sehr Ankerfett. Das Problem ist natürlich, wenn du mit dem Lumpen durchgehst, wird es gerade abgeschaltet. Okay. Okay. Also... Ja, ja. Gut. Gut. So, lasst euch überraschen. Okay, Leute. Ja, ja, ja. Wir schauen jetzt. Okay. Wir schauen mal. Okay. Kann ich da mal weiter übergeben? Ja, ja. Ja, das ist okay. Nein, lasst mal. Wir machen das schneller. Äh, wir schauen nachher weiter. Ciao. 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 Wir sollten immer ein bisschen Geduld haben, bis wir nicht al dente sind. Okay. Al dente, ja. Gut. 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 Dann warte mal. Okay. Gut. 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 Okay. Ich tue jetzt die Hackenfleisch-Sauce, die ich gemacht habe. Ja. Ja. Und die in die Helm rein. Jawohl. Und dann noch andere durchmischen. Und schnell ziehen lassen. Äh, brauchst du einen Teller? Äh, mehr als Teller? Nein. Nein. Du machst es auch. Genau. Okay. Ich tue jetzt nochmal eine... Eine Reduktion. Genau. Ich tue jetzt das Hackenfleisch nochmal schnell aufkochen. Jawohl. Schön warm ist. Und dann tue ich das reinmischen. Und dann tue ich eine andere durchrühren. Das schön die andere Versorgung aufnehmen. Gut. Dann verständlich. Und bringst du eine Linie in der Kamer? Ja. Ja. Wie übrig. Er bringt immer eine Linie in der Knie in der Knie in der Knie. Ja, okay. Gut. Ja. Äh, und wir versuchen jetzt, was das ins Lange wird. Was machen wir? Was kannst du erzählen? Also. Dann müssen wir 5 Minuten ziehen lassen. Soße natürlich in den Hörn rein. Und dann kräftig umrühren, dass wirklich das Aroma in die Hörn rein geht. Gut. Dann machen wir das. Hey, das ist gut. Das wird sehr schön. So, jetzt sind wir dran. Ja. Schalten natürlich ab. Okay. Okay. Die Hörnchen habe ich vorbereitet. Jetzt lehre ich die ganze Pfanne ab. Ja. Ich habe schon mega geil gemacht. Das ist fertig. Dann kannst du schon messen. Okay. Bitte. Jetzt kräftig umrühren. Das ist natürlich immer schön im Kreis. Kannst du das nicht? Gut. Okay. Die Hörnchen ist natürlich auch ein Vorteil. Und die sind, wie es natürlich, äh, so eigentlich im Prinzip, ähm, nimmt es natürlich zu aussen extrem schnell auf, weil es natürlich offen ist, oder? Genau. Genau. Aufhören. Du, wer für alles offen ist, weisst du was, den kann ich ganz dicht ziehen. Gut, gut. Gut, gut. 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 Ja, und dann, äh, ja. Äh, ich komme mal, äh, spartelle. Genau. Gut. Äh, noch etwas tiefer. Genau. Gut. Wir zaken. Ja, du musst mal sehen. Patrick. Ja. Von Basel, gell? Ja. Genau. Das ist ein grosses Jahr. Dann würde ich sagen, wir schliessen durch. Und jetzt natürlich noch ein Abschluss. Mit dem Bucca. Mit Hauptfleisch. Ich lebe nicht von Oliver. Ich lebe nicht von Oliver. Ich lebe nicht von Oliver. Ich lebe nicht. Das ist es. Ich koche noch mal. Wie viel? 20 Uhr. Tschau. Der ist das zu Chape긴. Ich nehme die Start. Ich lebe nicht von Oliver Worm Lifust&emente. Ich lebe nicht von Oliver Wormt.